Leute, 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 heute wird es geisteskrank. Als erstes klauen wir die legendären SWORD-Autos, danach die Luxus-Militärfahrzeuge und die krassesten Polizeiautos in ganz GTA, Leute. Werden wir es alles schaffen zu klauen, Leute, diese ganzen kranken Fahrzeuge? Erwischt uns die Polizei oder das SWORD-Team oder das Militär. Wir werden es rausfinden. Bleibt bis zum Ende dran und schreibt in die Kommentare, welche Autos haben euch am meisten gefallen lassen. Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, Leute, um keine Videos zu verpassen. Und jetzt geht's los mit dem Deep Style. meines Lebens. Ich werde jetzt erst mal mir ein Einsatzfahrzeug holen, Leute. Dann gehen wir auf Streife. Ich habe gehört, heute die ganzen YouTuber sind wieder am Flip-Crime-Excel. Hier, Amir, Touren, die sind alle ein bisschen zur Seite. Die chillen ein bisschen, ne? Die denken sich, hey, kein Polizisten am Start, der uns anhält und ich werde die heute ein bisschen kontrollieren und so weiter. Wisst ihr, was ich meine? Aber deswegen nehme ich jetzt erst mal hier die Wunderschöne 6x6. Warum ist die eigentlich schwarz? War die denn schwarz gefärbt? Was ist denn da passiert, Leute? Nichtsdestotrotz, wir nehmen jetzt die G-Klasse und gehen auf Streifen, Leute. Das sind auf jeden Fall richtig nice. Wir fahren hier raus. Wir waren angeblich. No, check, check. Ich gehe auf Streife. Officer Rüßig. So, heute wieder einfach auf Streife gehen, Leute. Hey, 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 aussteigern. Was ist denn los hier? Das ist jetzt in einem nicht befugten Fahrzeug von Ihnen. Warte, 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 warte. Was ist denn los? Das ist ein Polizeieinsatzfahrzeug. Ich muss damit jetzt... Nein, das wurde vom SWAT beschlagnahmt. Ab sofort ein SWAT-Auto. Ja, wie viel Schlagnahmt von SWAT? Da drin steht kein einziges Polizeiauto. Mit was sollen wir denn die Leute kontrollieren? Ob es uns interessiert, was irgendwelche Streifenpolizisten wollen und so? Scheißegal. Ich bin eigentlich Agent. Ich helfe nur aus, weil hier alles mies läuft, ha? Ja, ja, ich bin auch Agent. Alalala. Trotzdem, das gehört nur dem SWAT hier, ja? Also, ihr kleinen Streifenpolizisten. Geht mal ein paar Falschparker aufschreiben, ja? Und wir machen hier den richtigen Job. Äh, ich muss da mitkommen. Nehmen Sie mich mal mit, ja? Aussteigen. Alles klar, ich werde anpucken. Alter, was ist denn... Ich werde den Chief anpucken, wenn Sie das einmal machen. Warte, ist denn los mit Ihnen? So, jetzt verziehen Sie sich hier. Ich bin da los, Sir. Alter, ich habe nicht mal ein Einsatzfahrzeug... Ah! Alter, seid da! Einsatz! Au! Alter, was ist denn los mit dem? Warum hat der SWAT die ganzen Autos? Ey, Leute, ich sage euch ganz ehrlich... Was denkt er sich? Weil der ist, Leute? Check, 3, 4, 7, 8. SWAT fährt an zum Ladenraub. Check, check. Leute, wir werden den dort abfangen. Aber vielleicht sehe ich lieber die Polizeiklamotten besser aus, Leute. Wir werden uns nämlich jetzt umziehen, ein bisschen tarnen und dann fern wir zu dem Ladenraub fahren. Und wir werden nicht den Laden berauben, sondern das SWAT-Auto klauen, Leute. Und dann gucken wir mal, was da abgeht, Alter, eigentlich. So, Leute, ich habe mir mal ein paar Schmutzklamotten angezogen, damit ich undercover aussehe. Wir schnappen uns jetzt ein Fahrzeug. Wir müssen ganz schnell zum Ladendraub. Die denken auch, die können jetzt die Polizei ersetzen. So, Leute, wir sind jetzt am Start. Check, check, wo ist der Ladenraub? Genau, in der Avenue 4, ne? So, wir fahren da jetzt hin, Alter. So, auf-and-the-Cover, Leute, hier vorne. Guck mal, da ist er. Das SWAT-Typ ist hier vorne, Leute. Wir haben keine Chance. Ergeben Sie sich. Niemals, Alter. Wir kommen hier raus. Entweder lässt uns hier raus, oder es werden nicht gestorben. Nee, ich gebe Ihnen die letzte Chance. Alter, Sie sind ja ein richtig klasse Worte, eine Gangsta. Ey, bauen Sie ab, bauen Sie ab. Ich muss jetzt stürmen. Stürmen Sie, stürmen Sie, stürmen Sie. Oha, oha. Leute, so lange das stürmen Sie fahren, weg, Alter. Suspect down, Suspect down. Keine Sorge, der Herr. Ey, mein Auto! Auf Wiedersehen, Alter. Oh, 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 oh. Habe ich gerade, habe ich gerade, habe ich gerade... Ich weiß nicht, was ich gerade überfahren habe, Leute. Aber das ist aus wie ein Stock oder so. Auf jeden Fall, wir sind entkommen, Leute, mit dem ersten SWAT... Achtung, Achtung. Ein SWAT-G-Class 6x6 wurde geklaut. Bitte Fahrendung aushalten. Oh, oh, Leute, wir parken den jetzt sicherheitshalber. Ich suche mir einen sicheren Parkplatz. Dann parken wir die Autos mal weg, und dann ist alles in Ordnung. Leute, ich parke das jetzt hier rüber. Aber ich bin hier aufs Ammonation-Dach gefahren, Leute. Hier werden die niemals gucken. Und hier können wir unsere SWAT-Autos planen, Leute. Weil die haben, ja, ein erstes SWAT-Auto verloren. Und ich frage mich, woher die Kohle kommt, Leute. Und ich habe euch ganz ehrlich, ich sage euch ganz ehrlich, ich habe jetzt gerade in diesem Auto was gefunden. Und zwar, da stand irgendwas von SWAT-Lieferung, Waffenlieferung am Hafen. Ich habe gar keine Waffen am Start, Leute, gerade. Wir fahren da jetzt hin, gucken, was da abgeht, Freunde. Und, ja, irgendwas, irgendwas komisches geht da vor sich. Oh, da ist ein Dinosaurier. Was geht, Allah? Aber wir schnappen uns jetzt erstmal hier dieses Sport-Auto und fahren zum Hafen. Wir gucken mal, was da abgeht. Wie mache ich das jetzt am besten? Vielleicht schleiche ich mich hier ran. Oh, 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 oh. Nein, der, der, der schießt. Schießt, wow. Ausweichen, 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 ausweichen. Und, äh, Powerschlag. Nein, 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 rota mit dir. Bleib liegen. Okay, Leute, meine Schutzweste. Nein, nein, ich muss ihnen als Schutzweste dienen. Schießt ihn auf. So. Die müssen den treffen. So. Nein, ich habe dem seine Waffe, Leute. Ich habe dem seine Waffe. Oh. Okay, den habe ich. So, den habe ich. Zack. Ey, Leute, die Waffe hat nicht so viel Schuss. Ich muss aufpassen mit den Schüssen. So, aber mir geht es gut, Leute. Meine Schutzweste ist am... Okay, ich sage gerade, ich habe nicht so viel Schuss. Und verschieße erstmal. So. Okay, so. Den wegmachen. Wer ist das, Leute? Arbeitet etwa das Wort mit irgendwelchen komischen Mafiosis? Ich habe keine Ahnung. Hier den weglatschen und den weglatschen. So. Einmal noch ein Eindringling. Raketenabwehrgeschütze werden ausgefahren. Was wird ausgefahren? Wow. Es geht alles in die Luft hier, Leute. Wow. Da steht hier auf. Wow, 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 wow. Leute. Wow. Von wo kommen die Raketen, Alter? Die sprengen hier gerade die ganze Lagerhalle. Alter, aber ich weiß nicht, was hier abgeht, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Die sprengen hier einfach alles. Hier. Hier, da ist ein SWAT-Truck. Da ist ein SWAT-Truck. Da ist ein SWAT-Truck. Da ist bestimmt ein fett der Waffenlieferung oder so drin. Wir sind drin. Der SWAT-Truck wurde geklaut. Wiederhole. Der Raketenabwehrgeschütze draufhalten. Okay, Leute. Wir sind drin. Wir sind drin. Okay. Wow. Alter, wir sind einfach... Wow. Okay, der ist gut gepanzert, Leute. Der hält sogar den Raketengeschütz aus. So, wir fahren hier raus, Leute. Wir haben das nächste SWAT-Mobil. Alter, was geht denn hier ab, Leute? Der wird entkommen. Alles draufhalten. Okay, alles draufhalten. Alles draufhalten. Leute, wir müssen die SWAT... Oh, der lenkt sich echt nicht gut im Schnee. Der lenkt sich gar nicht gut im Schnee. Aber wir entkommen. Wir entkommen. Der entkommt. Der entkommt. Los. Einheit hinterher. Okay, Leute. Wir schaffen es. Wir schaffen es. Wir schaffen es, Leute. Wir bringen das Ding in Sicherheit. Wir tarnen uns hier bei den LKWs. Wir fahren mehrere LKWs. Okay. So. Und tarnen. Und tarnen. Und einfach unter die Menge mischen. Unter die Menge mischen. Und das wäre das alles ganz normal, Leute. Schön mit unserem SWAT-Mobil. So. Und wir sind, glaube ich, raus, Leute. Ich sage euch ehrlich. Wir sind raus. Und wir haben ein dickes, dickes SWAT-Mobil, Leute. Guckt euch mal diesen SWAT-Bus an. Was haben die da drinnen, Leute? Ich würde sagen, wir bringen das Auto in Sicherheit. Und dann gucken wir mal, was da drinnen ist. Oh, 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 oh. Alter, fast runtergefahren gerade, Leute. Abschneide zur Sicherheit. Okay, Leute. Wir sind jetzt hier hochgefahren. Wir sind ganz knapp da durchgekommen, durch den Tunnel. Aber wir sind beim nächsten SWAT-Auto angekommen. Let's go, let's go, let's go, let's go. Guckt es euch an, Leute. Wir haben das nächste SWAT-Auto. Alter, falter Verwalter. Ich gucke mal, was hier drin ist in diesem Zeug, Alter. Und, Leute, guckt mal an, was drin war. Waffen, 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 Waffen. Okay, Leute. Ich höre da ein bisschen Chaos. Wir müssen aufpassen. Wir hauen jetzt so schnell ab. Polizei sind in alles am Start. Ey, Leute. Irgendwas geht beim PD ab. Ich würde sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall Waffen getankt. Wir gucken jetzt mal, was da abgeht, Leute. Oh, habt ihr gesehen? Da ist ein SWAT-Car gerade gefahren. Habt ihr gesehen? Vielleicht sind die gerade im Einsatz. Wir fahren da hinterher. Schnell, 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 schnell. Leute, Leute, was geht denn hier ab? Und wieso? Wartet mal. Ich bin gerade zum PD gefahren. Ich habe drei Sterne bekommen, Leute. Wieso? Oh, oh. Äh. Nein, die schießen nicht ab. Wir haben ein Gesicht. Wir haben ein Gesicht. Oh, oh. Oh, oh. Warum? Hä? Warum verfolgen die mich, Leute? Wir bleiben. Nein, ich glaube, die haben mich auf den Kicker. Ich glaube, die haben mich auf den Kicker, Leute. Nein, nein, nein. Oh, nein. Die dürfen nicht rausfinden, dass ich auch für so rustig bin, Leute. Wow. Alter, was ist das für ein fetter Sportjeep, Leute? Die haben keine Chance. Bleibt stehen. Das Wort ist dahin her. Okay, Leute. Ich bleib stehen. Ich bleib stehen. Ich fahre ran. Ich fahre einfach ran. Und ich muss den Link. Alter, guck mal, wie viele da kommen. Okay. Ich fahre da jetzt ran hier. So. Park das Auto. Okay, Leute. Ich würde sagen... Geben Sie sich. Hände auch. Die entspringen wir in die Luft. Und den schießen wir ab. So. Alter, wir haben mit einer Bombe drei Autos gesprengt und haben das SWAT-Auto. Wir nehmen jetzt das SWAT-Auto. Vielleicht werden die nicht... Oh, Entschuldigung. Ups. Wir haben das SWAT-Auto, Leute. Das hat sogar einen Haken hinten dran. Das kann vielleicht abschleppen oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber wir fahren jetzt erstmal weg, Leute. Wir bringen jetzt mit diesem... Wir machen das Aspekt, Leute. Wir machen das Aspekt. Wir sind mit dem Nekopter. So. Wir können uns vergessen, Leute. Wir sind hier schön im SWAT-Auto unterwegs. Und ich glaube... Okay. Und weg mit dir! Fettes SWAT-Cheap! Alles wegcraschen, Leute! Alter, was für ein fettes Geschütz, Digga. Wie so ein kleiner Mini-Panzer, der nur schnell ist, Leute. Ich würde sagen, ich bringe mich in Sicherheit. Und dann ist alles in Ordnung. Guck mal, die kommen mir gar nicht hinterher. Wir haben auch erst drei Steine Fahndungslevel. Also bitte. Wir parken jetzt hier rein und dann ist alles gut. Okay, Leute. Wir haben die abgehangen. Wir haben die abgehangen. Alles ist gut. Wir bringen jetzt das Auto auch in Sicherheit. Guckt euch mal diesen SWAT-Cheap an. Sowas habe ich auch noch nie gesehen, Leute. Das nächste SWAT-Auto ist in Sicherheit gebracht worden, Leute. Richtig, richtig nice. Okay, Leute. Okay, Leute. Wir bringen das nächste SWAT-Fahrzeug rein. Guckt es euch an. Das ist so eine Mischung aus Panzer und Jeep. Ich weiß nicht genau. Sieht auf jeden Fall richtig nice aus. Wir haben eine fette G-Klasse. Wir haben das alles drum und dran. Aber Leute, wartet mal. Hier im Jeep ist auch was drin. Ich gucke mal, was hier drin ist, Leute. Bam, Leute. Guckt euch an, was hier drin war. Ihr glaubt es nicht. Wir haben ein SWAT-Outfit, Freunde. Ich sehe aus wie jetzt so ein SWAT-Gänger. Wir haben einen fetten Jeep. Wir haben noch einen fetten Jeep. Und wir haben den Truck. Und das Ding ist, die denken, glaube ich, jetzt, dass wir SWAT sind. Ich glaube, ich fahre jetzt zu der SWAT-Einheit. Ich weiß nicht, wo die sich genau treffen. Ich muss es jetzt noch rausfinden. Und dann fahren wir dahin. Tun so, als wären wir einfach Mitarbeiter. Und dann ist alles in Ordnung, Leute. Ich hole mir jetzt ein Auto und wir finden raus, wo die sich treffen. Let's go. Ey, Leute, ich bin komplett aus der Puste. Ich laufe jetzt gerade einfach zum Polizeirevier als SWAT-Einheit. Weil, ja, ich weiß nicht, wo die sich treffen. Jeffrey, bitte kommen, Mann. Ich weiß nicht, wer Jeffrey ist. Jeffrey, da bist du ja. Äh. Mitkommen, wir haben einen verdammten Einsatz. Was, wir haben einen Einsatz? Ja, steig ein. Was ist denn das für ein Renault? Du bist doch krank geworden. Du wirst schon komisch an. Highway, Petro... Oh, wow, kann ich... Steig noch ein, wirft noch. Ja, wo ist denn da der Sitz? Das andere Fahrzeug, Mann. Hä, wieso ist da nur ein Sitz drin? Komm hinterher, mit, komm hinterher. Hä, Leute, wieso... Ey, Leute, was ist das denn, Alter? Ich bin jetzt bei der SWAT-Einheit irgendwie zufällig und kriege trotzdem ein Billo-Auto. Und der hat irgendwie so einen fetten SWAT-Rennsportwagen, Freunde. Ich weiß echt nicht, was da abgeht, aber wir haben irgendeinen Einsatz. Wir fahren den mal hinterher. So, ich check mal. Komm mit. Ja, was ist das für einen Einsatz, ja? Sport-Einsatz, Leute. Wir haben den Speed-Control, ja? Es wurden wohl gemeldet, dass ein paar Drogen-Bosse wohl heute Lieferungen mit Sportwagen machen. Oh, Speed-Control, ja. Ja, genau, deswegen folgen wir mal, ja? Wo ist denn eigentlich mein Sportwagen, so wie dein, ne? Räum weiter. Alter, guck doch mal dieses Fahrzeug an. Waren Sie sich bereit? Sie steigen gleich ins Auto ein, werden ich Straßensperre geben, sobald ich Ihnen Bescheid sage, ja? Äh, wenn es welche Auto? Also, da ist ein anderer Auto. Oh, in der Seite, okay. Die andere Seite, ja. Fahren Sie runter, und da werden Sie gleich eine Straßensperre schon mal anfangen. Ich will jetzt hier reinfahren, den Typen dann stoppen, der gleich hier kommen wird. Okay, ich will. Das ist ein ziemlich gleicher Typ. Fahren Sie runter. Äh, runterfahren, alles klar. Ey, Leute, ich... Dann! Alter, es runter, Sie Trottel! Oh, äh, äh. Alter, was meinte... Was will du denn von mir, die Sorteinheit ist... Vorne am Eingang, wo man reinfahren kann. Da bleiben Sie stehen. Und sobald ich kaum sage, fahren Sie sofort auf die Straße zu mir. Alter, was ist denn los mit dem? Okay, Leute, wir müssen jetzt gucken. Wir müssen aufpassen. Der sieht nicht aussehen wach. Aber, Leute, ich will gar nicht ihm helfen eigentlich. Ich will eigentlich eher... Sind Sie bereit? Wie? Jeffrey. Ja, ich bin bereit. Sind Sie wirklich bereit? Ja, hier geht es um Leben und Tod. Diese Person, die wir jetzt aufhalten. Jeffrey ist bereit. Ey, Leute, also, ich weiß nicht. Ich, ich, ich... Vielleicht sollte ich dem einfach irgendwie einen Baseballschläger gegen den Kopf hauen oder so. Sir, wenn Sie diese Aufgabe erreichen, kriegen Sie Ihr eigenes Fahrzeug. Was? Okay, check, check. Okay, Leute, wir können uns jetzt ein SWAT-Auto... Okay, es handelt sich wohl um einen gelben Lambo. Um einen gelben Lambo. Sobald Sie den sehen, versuchen Sie direkt mit der Herd zu fahren. Okay, gelbes Auto, gelbes Auto, gelber Lambo, gelber Lambo. Leute, macht euch bereit. Seht ihr einen gelben Lambo? Ich sehe keinen gelben Lambo. Okay, laut, 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 laut. Bis Sie jetzt kommen. Warte, ich spähe ihn ab. Ich spähe ihn ab. Wow! Was ist das denn für einer? Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Oh, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Okay, der hat einen Unfall gebaut. Helfen Sie mir, bitte. Aussteigen. Guck mal, Kollege. Tuan, pscht, pscht, ich bin's. Hey, du, halt deine Waffe auf mich. Guck mal, du bist so da. Tuan, Tuan, pscht, ich bin's. So, jetzt bist du toll, mein Freund. Hörst du mich nicht, Tuan? Hä? Bist du eine Kuppel bekannt wohl? Ich bin's, Russik. Wie? Was gab's dir? Äh, ich, 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 äh. Zierum! Äh, äh, warte. Okay, 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 okay. Eine Flagge. Ja? Welche Flagge könnten nur lustig wissen? Ich bin es doch. Hm, warte mal. Ganz kurz überlege. Ich bin's, guck hier. Da, luke! Oh, äh. Das ist... Kann was, ja, luke! Was? Luke, 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 luke. Okay, was könnt ihr nur lustig wissen? Was könnt ihr nur lustig wissen? Warte, tu es einfach da, Leute. Was ist denn hier los jetzt? Tu, ich bin's doch, man. Das reicht. Dank mir. Wo, wo, wo sind meine ganzen Waffen immer gelagert? Ja, du hast einen eigenen kleinen so Raum in der, wo du Laserwaffen bastelst in den Tempel. Tu, und ich bin's, warte mal. Lass mich kurz in den Busch gehen. Tu, guck, ich hab mich aufgezogen, man. Was ist denn los? Nein, das ist nicht. Was ist denn los? Ja, also, ich hab mich grad bei den Swords eingestrichen, weil ich grad schon ein paar Sword-Autos geklaut hab. Aber warte, ganz kurz, wenn du kein Sword bist, wer ist das denn? Ja, das ist wirklich ein Sword, aber ich glaub, du hast ihn... Hast du? Ja, dann ganz kurz. Warte, 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 warte. Löffeln Sie mir. Tu, ich glaub, dem geht's schon nicht mehr gut. Tu, der war schon am Ende. Ja, alles klar, dann... Wow, cooles Auto für mich. Tur, alles klar, dann ich hoffe, du hast einen schönen Tag. Da ist ne Bombe dran, mein Freund. Nein, er hat ne Bombe dran gemacht. Lucy? Ja? Da hast du zwei Tage gefahren, ja? Du blink mit denen, ja? Thuan, kannst du die Bombe abmachen? Nur wenn ich die behalten darf. Du darfst zwei Tage lang fallen. Alles gut, ich mach sie selber ab. Leute, da hängt zu viel dran. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich krieg den weg. Ich krieg den einfach weg. Lucy, willst du mit? Ähm, ja Thuan, was ist los? Wusstest du, dass neben meiner Autos immer in der Überwachungskamera ist? Ähm, das ist aber kein, nicht dein Auto. Jaja, aber mein Planbuch stand in der Nähe. Jajaja, der hat voll aufgehalten, wo sie grob gezogen hast. Ähm... Wie Spaß, du hast eine Woche das Auto behalten, dann blieb mir vorbei. Ja, danke! Ey, Mann, was ist denn mit Toren los? Er hat aufgeregt. Aber Leute, nichtsdestotrotz, haben wir das nächste SWORD-Auto geholt. Und guckt mal an, wie... Oh nein, wir haben Probleme, Leute. Wir haben Parodies, Parodies, die wollen das SWORD-Auto... Okay, äh, wir haben ausgeschaltet, Leute. Ich bring das Auto erstmal in Sicherheit und dann gucken wir an, ob wir noch ein Auto finden. Let's go! Okay, Leute, wir sind jetzt gleich da. Wir fahren... Alleinheiten, alle SWORD-Einheiten. Die ist ein Funk, der nur in den SWORD-Funk durchgefunkt wird, ja? Unser neustes Alpha-Jeep von SWORD-Auto ist fertiggestellt. Wir finden dich im Military-Base. Bald kommt die Phase, wo alle dupliziert werden, noch mehr gebaut werden. Das ist der Alpha-Typ, wo alle kopiert werden, ja? Ja, dass sie Bescheid wissen. Bald könntest du was uns. Auf Wiedersehen. Over-Out Ende. Habt ihr das gehört, Leute? Die haben irgendeinen fetten Jeep beim Military-Gelände. Ich hab keine Ahnung, was da abgeht, Leute. Aber wir haben schon vier fette SWORD-Autos. Und... Ich hab ne geniale Idee. Wir werden... die Army stürmen. Und holen den letzten Jeep, Freunde. Ähm... Ich fahr jetzt kurz zur Tour. Er schuldet mir jetzt den Gefallen. Er hat gerade das Auto von mir geklaut. Ich sag ihm einfach, soll mich mit nem Helikopter über den Army-Gelände fliegen, mir ein paar Waffen geben, und dann stürmen wir das und... Bam, 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 bam! Holen wir den Jeep raus. Und wenn er fragt, wie soll ich da reingehen, salke ich einfach so... Der darf nicht raus, wenn ich den Jeep hole. Letsgo ab zu touren. Ok, Leute. Wir sind jetzt gleich bei Touren! Ich hab mal diesen SWAT-Sportwagen mitgenommen, hat ja eine Bombe dran gemacht, und irgendwie mir auch gedroht, aber, Leute, jetzt äh mixing das ausnutzen. Und... Oh. Der hat hier... Jajajaja! Lustig Petlan! Er ist ein Idiot, ich wusste, er kommt wieder an. Er will wahrscheinlich eine Militäre Baysline. Deswegen hab ich den Helikopter ausgeholt. Jajaja! Ich bin Twan, ich weiß besser sein als Lustig. Weil Lustig will den Sieb klauen, denn der hat Funk auch gehört. Na, na, na. Ach Mann, er weiß auch davon. Warte, wir ziehen uns jetzt erstmal um. So, Twan, ich habe mich umgezogen. Siehst du, wie ich aussehe? Kaputt, zerfetzt. Ich bin bereit. Ich glaube, du weißt, was ich vorhabe. Ja, deswegen, das kostet den Einsatz. Deswegen, ich behalte das Auto erzielbar. Du kannst das Auto behalten und du landest. Ja, ja, ich flieg dir übern, ich lande durch Springen raus. Äh, was? Ich feil dir mit. Ciao, Twan! Okay, Leute, wir sind... Unser Einsatz startet, unser Einsatz startet, unser Einsatz startet. Zick, zick, komm, ich bin, ich habe das ein Klingeln. Was? 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 Oh, ich habe fünf... Ich habe fünf Sterne. Ich habe fünf Sterne, wieso habe ich fünf Sterne? Na, oh... Leute, hier sind gerade keine Soldaten, aber ich habe fünf Sterne. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, wir landen, wir landen, wir landen. Die Touren hatten wir uns verraten. Wir müssen aufpassen, Leute. Oh, nein, 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 da vorne ist ein Lächeln. Okay, Leute, zwei Stück habe ich hier vorne. Okay, die haben wir. Schön, dann der Cover ausgeschaltet. Wir müssen den kurz abholen. Wir haben einen, wir haben einen einringen. Ich fahre Streife hier. Gesichter, Gesichter! Da kommt ein Fahrzeug, da kommt noch ein Fahrzeug. Da kommt noch ein... Oh, lol, wow, hinter uns. Okay, Leute, jetzt eskalieren die, jetzt eskalieren die, jetzt wollen die komplett eskalieren. Bleibt liegen, bleibt liegen. Staffel 1, stimmt! Wow! Da ist eine ganze Staffel, Leute. Wir bomben die weg, wir bomben die Staffel weg. Kommt doch her, Jungs, kommt doch her, Alter. Kein Problem. Bomben aktivieren, Alter. Das habe ich gelernt, Mann. So, okay, wir müssen vielleicht weiterlaufen. Die Staffel, da sind doch vielleicht ein paar mehr Menschen. So, den eliminieren wir auch noch. Okay, Leute, wir haben ein gewaltiges Problem, also, es sind ein bisschen zu viele. Ich platziere jetzt ein bisschen... Staffel 2 beim Fahrzeug ausrücken! Wow! Nein, 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 was geht denn hier jetzt ab? Bombe kurz. Bleib mir zu stehen! So, kurz in die Luft jagen die Jungs. Ciao, ciao. Verstärkung, ciao. Verstärkung ist da, Verstärkung ist da! Was für Verstärkung hier, aber die haben gesagt, beim Fahrzeug... Da vorne ist der Jeep, glaube ich, Leute. Okay, wir müssen ein bisschen Platz machen zum rausfahren, Leute. Ein paar Annäherungsminen da hinwerfen, so, dass, wenn die kommen, die da reinlaufen. Let's go! Viel Spaß, Jungs! Okay, 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 okay. Wir haben den... Das ist ein fetter Jeep, Leute. So weit der Typ aus dem Garage rauskommt, werden die Arcaten auf ihn rasen. Oh mein Gott, Leute, was ist das für ein fetter Jeep? Wow! Was ist das für ein fetter Jeep? Was ist das für ein fetter Jeep? Was ist das... Okay, was ist das für ein fetter Jeep, Leute? Ich weiß nicht, was das für ein fetter Jeep ist, aber wir fahren gerade raus. Okay, okay, okay. Wir haben einen übelst fetten Jeep gerade. Okay, nein, 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 nein. Wir haben Probleme, wir haben Probleme, wir haben Probleme. Oha, die haben SWAT-Büste geholt. Die haben noch mehr SWAT-Büste geholt, Leute. Okay, wir haben Probleme, wir haben Probleme. Okay, ich glaube, wir haben nur eine Möglichkeit zu entkommen, Leute. Und zwar die Berge. Alle Touren. Na, wir laufen. Alles okay bei dir? Wir laufen gut. Siehst du den Helikopter neben dir, hinter dir? Ja, ich sehe den Helikopter. Danke. Danke, Touren. Kannst du mich vielleicht... Hast du einen Cargo-Bob? Ja, vielleicht ich hätte einen. Kann sein, kann sein. Na, du bist mir eingefallen, aber so, Dick. Touren, ich schaff das schon. Alles gut. Ich hatte die Geobachtung. Alles gut, tschau, tschau. Okay, Leute, ich habe Angst, Touren Hilfe anzunehmen, weil dann will er bestimmt rausfinden, wo ich die anderen Sport-Autos habe. Und das will ich ihm nicht verraten, Leute. Aber dieser Jeep, der ist krass, Leute. Wir fahren hier gerade auf den Bergen, komplett off-road, ohne Probleme. Und wir hängen gerade die Polizei ab. Und jetzt jumpen wir hier entlang, Leute. Und werden uns einfach hier irgendwo im Busch verstecken. Alles ist in Ordnung, Leute. Verhandlungslevel ist weg. Was, was? Verhandlungslevel ist weg. Hallo? Hallo? Gute Idee mit Tag und Bob. Hab ich's vergessen. Äh, 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 Leute. Wir haben alle SWORD-Autos geklaut. Stopp. Guten Tag, guten Tag. Guten Tag. Einmal den Ausweis, bitte. Was für ein Ausweis? Ja, hier, meine Ausweis ist ganz normal. Hier, bitteschön. Äh, ich meine den Militärausweis, bitte. Ach, darf man hier nicht einfach so rein, oder was? Nein, das ist, äh, kein Kindergarten, wo sie einfach vorbeischneiden können. Ach so, ich dachte, das ist so ein Attraktionspark, wo ich einmal so hier hingehen kann, ein bisschen gucken kann, wie die Private Jets losfliegen und so. Nein, nein. Einmal bitte hier links, hinter der Barriere, direkt einmal umdrehen, ja? Ja, wünsche ich euch einen schönen Tag noch. Scheiße, scheiße, ja, okay. Oh, was ist das aber, Freunde? Wer kommt denn da angefahren? Tschöne, oh, Jungs, bin eine Woche weg, ne? Guck mal, da fährt uns so. Tschüss, Leute, ey. Leute, guck mal, da fährt irgendein Soldat in Urlaub. Man hat das gesehen, in seinem Lambo ist irgendwie wie so Gepäcksträger oder sowas. Aber bitte, was haben die Soldaten für Autos? Ich hab damit gar nicht gerechnet. Und wenn die solche Autos haben, Freunde, vielleicht gibt es noch mehr Lambo oder Luxusautos. Ich glaub, Leute, heute werden wir einfach die Militärbase stürmen und die Militärautos klauen, Leute. Wir verfolgen den jetzt erstmal, denn ich glaube, das ist das erste Auto, was wir klauen. Und dann werden wir seinen Ausweis klauen, seine Identität einnehmen und wir gehen rein da. Leute, wir müssen nur gucken, wohin der Typ fährt. So, Leute, ich fahr ihm gerade die ganze Zeit hinterher. Ich weiß nicht, wo der Typ Urlaub machen will, aber wir sind die ganze Zeit am Strandgebiet. Das heißt, vielleicht will er irgendwo hier hin oder... Ich glaub, er will parken, ich glaub, er will einkaufen noch vor dem Urlaub. Guck mal hier. Ja, 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 hier sind die Läden. Oh, Digga, Digga, das war eine Chance. Oh, guten Tag, Officer, ne? Ich bin kein Officer, ja. Gut, äh, Militärsoldat, äh. Ja, was willst du? Nee, nix, nix, ich geh jetzt nur einkaufen. Gehen Sie auch neue Klamotten kaufen, ne? Geh dich aber an. Ja, nee, ich hab großen Respekt vor Ihrer Arbeit. Sie sind ein Mann, der dem Land dient. Waren Sie weiter so. Vielleicht bin ich auch irgendeinem als Zultat. Oh, scheiße, hier ist noch eine Frau. Ey, wenn er gleich in die Umkleide geht oder so, ich glaub, er sucht sich jetzt Klamotten aus. Ja, guten Tag, die Frau, ja, ähm, schöne Klamotten hier haben Sie, ja, ja. Ja, 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 ja. Wo ist er hin? Hä? Wo ist er hin? Ist er nach hinten gegangen? Oh, mein Gott, Leute, ich glaub, der jetzt irgendwo hin. Ey, Leute, ich glaub, der zieht sich hier gerade um. Ey, wir müssen warten, bis er sich umgezogen hat, Freunde. Ähm, wo ist die Frau jetzt hin? Hä? Hä? Die Leute gehen einfach alle in den Umkleiden. Ist sie mir jetzt helfen gegangen? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht ist sie kurz rausgegangen. Das war natürlich unsere gute Möglichkeit. Hey, Leute, ich muss... Scheißklamotten. Sie sehen ja immer noch gleich aus. Sie haben da was vergessen in der Umkleide, ja? Was für vergessen? Wo willst du überhaupt wissen? Was ist ja gar nicht da drin? Gucken Sie mal. Ganz kurz, gucken Sie mal. Hier drin ist irgendwas gewesen. Oh, wisst ihr? Milite, Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Hände hoch! Kein Respekt, meine Jugend. Ich stehe hier, damit du ein schönes Leben machst und du willst mich überfallen, oder was? Ich hab kein Geld dabei. Ich nehm ihre Klamotten. Ohne ihren Ausweis. Auf gar keinen Fall. Es tut mir leid, dann muss ich sie kurz K.O. schlagen! Oh Leute, der heilt was aus, Alter. Das ist ein richtiger Soldat. Die Frau ist gerade weg. Wir müssen uns ganz schnell umziehen, Leute. Ich zieh mich jetzt einfach um, bevor jemand kommt. Leute, ich hab mich umgezogen. Der Officer Militärtyp. Ich weiß nicht, was das für ein Typ war, aber scheinbar ein großes Tier mit seinem fetten Lamborghini. Ähm, ich werd jetzt auch sein Lamborghini nehmen. Ich hab seinen Ausweis, ich hab seinen Schlüssel, ich hab seinen Outfit. Ich seh jetzt aus wie ein Soldat. Ich werd jetzt so zurückfahren und so tun, als hätte ich was vergessen. Obwohl, nein, dieser Lamborghini ist schon krass, Leute. Ich glaube, ich werd den jetzt hier irgendwo schon verstecken und dann behalten, Leute. So, Leute, ich hab auch das perfekte Geheimversteck mir ausgedacht. Und zwar... Oh, hier fährt schon einer mit dem Fahrrad rum. Aber hier unter der Brücke, hier wird niemand das Auto finden, Leute. Ich werd sie jetzt einfach parken und werd jetzt dem sein Fahrrad klauen. Yo, geh weg aus dem Weg, Alter. Ich fahr jetzt einfach mit dem Fahrrad dahin. Ich hab einen Militärausweis. Tu so, als wär ich grad mit dem Fahrrad spazieren gewesen. Und ja, Leute, dann rippen wir die Leute ab. So, Leute, jetzt noch hier den Berg hoch, Alter. Das ist echt anstrengend, die ganze Zeit Fahrrad zu fahren. Aber wenigstens können wir jetzt bestimmt reinkommen. Ah, da sind wieder die Soldaten. Yo, hallo, 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 hallo. Hallo, falsche Seite. Ja, Bruder, ich bin ja mit dem Fahrrad, weißt du, salü, salü. Hier mein Ausweis. Ah, okay. Ja, Commander, ja. Fahren Sie durch. Ja, ja, der Commander. Gar kein Problem. Ich bin sogar Commander, Leute. Oh, 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 oh. Können Sie mal die Schranke hochheben, wenn der Commander fährt, Mann? Ist unglaublich. Ja, 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 ja. Hör an dem Waldfee, ja. Meine Fresse macht sich auch nichts mehr. Arbeiten, arbeiten, ey. Der war schon komisch drauf, ne? Oh, da kommen schon die... Was ist mit dem passiert? Erstmal Unfall gebaut, Leute. Wir fahren jetzt erstmal hier schön ins Gelände rein. Mal gucken, was hier abgeht. Ich bin irgendwie Commander. Das heißt, vielleicht werde ich gar keine Probleme haben beim Auto absneaken. So, ich weiß gar nicht. Da vorne steht irgendein Auto. Privatjet. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich habe was gefunden. Guckt euch die Autos an. Hier sind zwei fette Autos. Ich erkundige hier mal das Gebiet ein bisschen. Hier sind noch fette Flugzeuge. Leute. Oh mein Gott, der fährt einer. Äh, hallo, hallo, hallo. Der Commander wieder unterwegs. So, die fahren hier Patrouille oder sowas. Aber guckt euch mal diesen Lamborghini an. Oh mein Gott, ein blau getarnte Lamborghini. Ey, ich weiß nicht, welches Auto ich als erstes klauen soll. Ey, der blaue Lamborghini muss irgendjemand fettes gehören. Ich glaube, ich werde hier diesen fetten Benz nehmen, Leute. Ey, ich parke jetzt einfach hier. Alter, guckt euch mal diesen fetten AMG an. Das ist ein C-63S AMG, Leute. Und ich habe ihn fast nicht gesehen, weil er hier so getarnt ist. Äh, Entschuldigung, ey. Wem gehört noch mal der Wagen? Commander, könnten Sie vielleicht von meinem Benzer weggehen? Ah, ich bin Officer, ja. Commander, Officer, der Chef hier. Ja, das sehe ich. Sie sehen ja, ich habe gerade Fahrrad. Und zwar haben wir ein kleines Testprojekt mit unseren Soldaten. Und zwar Sie müssen jetzt mit dem Fahrrad fahren. Und ich muss Ihr Auto fahren. Ach du? Ja, ja. Also ein... Ah, okay, verstehe, verstehe. Alles klar. Geben Sie mir gerade den Schlüssel von Ihrem Auto. Nehmen Sie jetzt Fahrrad. Ja, einen Moment. Ähm, heute hier. Eine wichtige Durchsage, eine wichtige Durchsage. Der Airjet 25678 startet jetzt den Rundflug. Ah, haben Sie gehört? Der Rundflug startet. Deswegen, ähm, bitte, ähm, als kleine soldatische Einheit einmal hier schön ums Militärgelände paar Runden drehen. Fahren Sie los, fahren Sie los. Los, 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 los. Was ein Idiot. Er gibt mir einfach, äh, sein Auto. Aber ich bin hier irgendwie eine große Nummer. Ich hoffe, das fällt nicht auf. Aber jetzt haben wir den AMG ohne Probleme. Ja, nice. So, Leute. Wir fahren jetzt schön raus mit dem AMG. Guckt euch mal das Auto an. Einfach ein AMG. Was hat das Militär bitte mit dem ganzen Geld angestellt? Da ist wieder... Jo, wohl, ich fahr jetzt weiter, ne. Jo, machen Sie's gut. Ciao, ciao. Ey, guck mal, da ist absolut gar nichts. Hinter mir ist noch ein Wagen. Aber, ey, ich hab einfach... Äh, entschuldigen Sie mal. Ja, ja, ja. Einmal bitte rechts ranfahren. Einmal bitte rechts ranfahren. Ja, 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 ja. Äh, das sind hier Dienstfahrzeuge. Nicht zum privaten gebraucht. Das wissen Sie aber schon, oder? Nein, ich bin Officer. Ich bin Officer, ja. Ich muss hier kurz... Das ist trotzdem ein Dienstfahrzeug. Ja, ja, ich muss kurz zur Werkstatt bringen hier. Der hat ein kleines Problem mit der Steuerkette. Aha. Und warum fährt das Ding dann noch? Ja, ich rübe mich darum. Gehen Sie an die Arbeit, Mensch. Ey. Hallo, ey. Guck mal, was denkt der sich? Der schießt sogar. Alter, der hat das Feuer eröffnet, Leute. Was geht denn jetzt? Ey, der klaut Dienstfahrzeuge. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, sorry, Obstladen. Entschuldigung, Obstladen. Ah. Was passiert hier? Ey, Leute. Der kann mich aber nicht einholen. Der AMG ist viel zu schnell. Ich werde jetzt schnell unter die Brücke heizen, wo ich das andere Auto auch versteckt habe. Und dann bringen wir uns erstmal in Sicherheit, Leute. Was geht denn jetzt ab? Aber wie soll ich noch den Lambo klauen? Und da war noch irgendein Auto. Habt ihr das gesehen, Freunde? So, Leute. Ich bin jetzt wieder hier angekommen, wo ich meine Autos verstecke. Hier steht auch der Lambo. Jetzt haben wir auch unseren Benz hier gepackt. Wir haben jetzt schon ein dickes Profit gemacht. Aber ich will noch diesen einen fetten Lambo. Und da war noch irgendein Auto, was mich interessiert hat. Mal schauen, was das war. So, Leute. Wir laufen jetzt hier durch. Hallo. Bleiben Sie bitte stehen. Ja, ich bin's wieder, Officer. Ich hab meinen Fahrrad aufgeschlagen. Nee, nee, nee. Uns wurde ein Fall gemeldet, dass der Commander in der Stadt nämlich ausgeraubt worden ist. Äh, nee. Das weiß ich nicht. Bleiben Sie bitte einmal kurz stehen. Alles gut, Freunde. Einmal hier in die Hütte rein. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Es dürfte doch kein Problem sein, Sie auszuweisen, oder? Ja, ja. Hier der Ausweis. Hier der Ausweis. Gucken Sie. Alles ist gut. Alles ist gut. Bleiben Sie locker. Bleiben Sie locker. Wo ist der Normale? Eine wichtige Durchsage. Eine wichtige Durchsage. Das Dienstfahrzeug des AMGs wurde von dem Commander gestohlen. Oh, ich weiß es. Alter, das ist der noch hier. Das ist der Wacke. Das bin ich nicht von. Nein, nein, nein. Das bin ich nicht von. Scheiße, Leute. Wir müssen ins Polizeigelände. Die schießen mich ab, Alter. Mein ganzes Gesicht blutet. Was passiert denn hier? Flüchtiger auf dem Gelände. Sofort Zugriff. Ey, Leute. Nein. Der Lambo wird bewacht. Da schießt einer. Ich kann da nicht hinfahren. Was ist das für ein Auto? Oh, das sieht eigentlich nice aus. Aber ich komme nicht damit weg, Leute. Ich brauche irgendein Schutzfahrzeug. Was ist das denn eigentlich für ein Fahrzeug? Hier geht miese Schießerei los. Oh. Ah. Ah. Was passiert hier? Wohin schießen die? So, jetzt runter auf den Boden. Geh weg mit dem. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hier. Oh mein Gott. Oh. 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 Was passiert hier? Was ist das für ein Fahrzeug? Ist das irgendwie wie so ein kleiner Panzer? Ich glaube da drinnen bin ich geschützt. Oh mein Gott. Die schießen. Ich spüre nichts, Leute. Ich bin hier geschützt, Alter. Ich muss abhauen. Ich werde abhauen. Die schießen auf mich, Leute. Aber ich spüre einfach nichts. Was ist das für ein Auto, man? Was ich hier gerade klaue? So, Leute. Die schießen auf mich. Guck mal. Stehen bleiben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Stehen bleiben. Die können mir einfach nichts machen. Ich habe so einen kleinen Panzer. Die schießen mich zwar jetzt ab. Aber wie soll ich wegkommen? Das Ding ist langsam. Ey Leute. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Guck mal. Hier ist wieder einer. Den nehme ich mit. Leute. Ich habe ein Problem. Oh nein. Was passiert hier? Er darf nicht ins Wasser. Er darf nicht ins Wasser. Warum darf ich nicht ins Wasser? Warum darf ich nicht ins Wasser? Ich mache jetzt ins Wasser. Oh mein Gott, Leute. Das ist ein Fahrzeug, was auf Auto im Wasser fahren kann. Oh mein Gott. Das ist nicht so. Oh mein Gott. Da ist ein Jet. Da ist einfach ein Jet. Leute. Ich bin hier aber in Sicherheit. Die können. Ich muss abtauchen. Guck mal. Die sehen mich jetzt nicht. Ich glaube, die werden mir die Sicht verlieren. Leute. Leute. Ich glaube, der sieht uns kaum. Obwohl da oben ein Jet ist. Ey, die sehen. Guck mal. Da sind ganz viele Jets. Die suchen mich alle. Zielobjekt abgetaucht. Zielobjekt abgetaucht. Ey, das ist sehr wichtig. Leute. Ich weiß nicht, was ich hier geklaut habe. Aber das ist ein Panzer, der schwimmen kann. Aber das ist leider nicht so viel wert. Wie soll ich denn loswerden? Wer will sowas kaufen? Vielleicht irgendeine Mafia? Ey, wir müssen irgendwie reinkommen. Und den Lamborghini holen, Leute. Ich werde aber dieses Fahrzeug jetzt abstellen. Wir müssen jetzt auf anderweitigen Wege reingehen. Ich glaube, ich werde mich wieder umziehen. Vom Soldat. Damit die keinen Verdacht schöpfen. Aber ich werde jetzt erstmal das Auto hier in Sicherheit bringen. Hier schön abstellen. Schön im Busch verstecken, Leute. Denn da vorne ist mein anderes Fluchtfahrzeug. Womit ich gleich da hinfahren werde. Ich werde mich aber jetzt auch umziehen, Leute. Ähm. Ich ziehe mich jetzt mal um. So, Leute. Ich habe meine Outfits für den Einbruch vorbereitet. Ich werde jetzt ins Fahrzeug steigen. Warten, bis es dunkel ist. Weil ich denke, das wird sicherlich besser sein, wenn es dunkel ist und keiner mehr hinschaut. Und ich dann reinfahre, Leute. Und dann geht es richtig, richtig los. Meine Aufgabe ist es, den Lamborghini rausholen und vielleicht das andere Fahrzeug. Aber wie soll ich zwei Autos rausfahren? So, Leute. Ich habe jetzt gewartet, bis es spät dunkel ist. Hier sehen wir die Schranke. Aber ich fahre jetzt mal hier rein. Hier wird nicht so gut bewacht. So. Ich muss irgendwie ins Gelände reinkommen, ohne dass ich es merken. Vielleicht schaffe ich es hier rüber. Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es einfach nicht, wie ich hier rüber schaffen soll. Doch, doch, doch. Hier könnte ich es vielleicht rüber schaffen. Ich werde jetzt hier vorsichtig mein Auto hinstellen und dann auf das Auto drauf klettern. Und vielleicht schaffe ich es dann über das Auto irgendwie da hin zu kommen. Mal gucken, Freunde. So. Nein, 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 nein. Das ist nicht so einfach. Okay, hier komme ich mal nicht rüber. Obwohl, ich springe jetzt mal. Dann sollte ich es vielleicht schaffen. Ah, Leute. Ich habe es auf Dach geschafft, Leute. Ich muss hier jetzt weiter undercover reingehen. So, jetzt hier durch. Zack. Okay, jetzt schnell ins Gelände rein. Wir müssen aufpassen. Hier ist jetzt alles schwer bewacht, aber wir sind zum Glück schwarz getarnt. Wir müssen irgendwie an die Autos rankommen. Ich brauche eine Idee. Ey. Ich sehe diese riesigen Flugzeuge. Vielleicht schaffe ich es einen Flugzeug. Da ist überall jetzt Wachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss vielleicht mit einer Pistole sie eliminieren. Okay. Ich werde sie jetzt eliminieren. Okay. Den einen habe ich. Hat er was gehört? Okay. Den anderen habe ich auch. Okay. Hat jemand geschossen? Ich weiß es nicht. Psch, 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 psch. Okay. Hier durch. Irgendwie ist es hier gerade zu ruhig. Ein bisschen zu ruhig. Nachdem ich hier so Ramba, Zamba gemacht habe. Ich hoffe, das Fahrzeug steht noch da, Leute. Oh mein Gott. Bitte steht noch da. Okay. Das Fahrzeug steht da. Ich muss jetzt aufbrechen gleich. Aber ich muss dann ganz vorsichtig sein. Ich muss ganz vorsichtig sein. Ich werde jetzt dieses Fahrzeug hier aufbrechen. Ach so. Schön ins Schloss aufgeschossen. So Leute. Ich habe jetzt das Fahrzeug genommen. Ich tue jetzt so, als wäre ich eine Patrouille. Die Autos sind dunkel. Ich fahre jetzt ganz vorsichtig. Da läuft einer gerade. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich muss gucken, ob da noch einer ist. Ich fahre vielleicht nach dran und dann schieße ich einfach. So ganz vorsichtig. Hallo? Ja, ja, ja. Ja, hallo. Wau, 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 wau. Okay. Ich habe ihn erledigt, Leute. Was war das? Ich habe ihn erledigt. Schnell nach dem Schlüssel nehmen. Okay, da sind Schlüssel. Ey, Leute. Ich muss jetzt das Ding hier irgendwie aufbekommen. Ich gucke mal, ob das die Schlüssel vom Flugzeug erstmal sind. Bitte, bitte, bitte. Okay. Ja, das waren die. Das waren sie, Leute. Das Schlüssel hat gepasst. Ich bin jetzt erstmal im Flugzeug drinne. Schön undercover. Wie funktioniert das Teil? Oh nein, ich muss mich verstecken. Ich darf jetzt nicht gasten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo muss denken, da ist niemand schon, ne? Hä? Okay, okay, okay. Schnell, schnell, schnell. Soldat, wo ist Ihre Abfluggenehmigung? Wer sind Sie? Hä, was war das für ein Geräusch? Zack. Oh mein Gott, oh mein Gott, da ist noch einer. Ich schieße ihn einfach direkt ab. Officer Lofty? Mein Gott, wer ist da? Wer ist da? Ich höre ihn. Ich schieße ihn ab, ich schieße ihn ab. Okay, psch, 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 psch. Ey, ich muss schnell die Tür abmachen. Ich muss schnell die Tür abmachen. Leute, ich mache das Ding jetzt auf. Okay, jetzt, jetzt, hier, zack. Ah, ah ja, 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 es ist aufgegangen, es ist aufgegangen, Leute. Es ist so dunkel. Ich gucke mal, was hier drin ist. Okay, hier ist irgendwie absolut nichts drin. Ich weiß nicht, ob wir hier die Autos reinladen können. So, Leute, ich fahre jetzt dieses Auto hier rein. Oh mein Gott, das spinnt komplett. Nein, das passt irgendwie nicht rein. Leute, ich glaube, das Auto passt einfach nicht rein. Das ist zu breit. Ich muss schnell zum Lambo fahren. Ich muss schnell zum Lambo fahren. Ich gucke mal, ob der an einen passt. Der ist, glaube ich, ein bisschen schmaler. Leute, so, wo sind die Leute? Suspekt, Suspekt im Lambo. Oh, hier ist er. Ich habe ihn gar nicht gesehen, Alter. Es ist so dunkel hier. Ey, Leute, ich knack den Lambo jetzt auf. Es tut mir leid, Lambo. Zack, hier aufgeladen. Oh, die schießen schon. Jetzt geht es richtig los mit der Schießerei. Jetzt geht es richtig los. Oh mein Gott, Leute. Raus aus dem Lambo. Ich muss das Fahrzeug da reinbekommen. Ich muss das Fahrzeug da reinbekommen, damit es sicher ist. Und bitte, ja, der Lambo ist drin. Ey, Leute, ich habe den Lambo eingeladen. Oh mein Gott. Was ist hier los? Die Tür geht zu. Ich muss die Schnaufer aufmachen. Schnaufer raus hier. Oh mein Gott, der Schiss. Was passiert hier? Ach du Scheiße, Leute. Was ist das mit dem anderen Auto? Ich wollte doch das andere Auto aufladen. Ey, Mann, der Lambo steht hier drin. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh mein Gott. Stürmen, 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 stürmen. Ich wollte doch das andere Auto aufladen. Oh mein Gott, ich muss sie töten hier. Zack, zack. Oh mein Gott, Leute. Ich habe plötzlich fünf Sterne bekommen. Und was passiert hier? An alle Einheiten. Wir brauchen dringend Verstärkung. Oh mein Gott. Ich habe einfach fünf Sterne bekommen, Leute. Das ganze Militär sucht mich irgendwie. Ich muss hier raus. Bringt das Sonderkommando hierher. Oh mein Gott, Leute. Ich bin jetzt bloß der geingestiegen. Die schießen auf mich. Oh mein Gott. Da kommen Autos rausgefahren. Aber die können mich nicht so aufhalten. Alter, was passiert hier? Oh mein Gott, Hilfe. Das müssen wir auf die Düsen schießen. Auf die Düsen schießen. Oh mein Gott. Ich habe Probleme hier beim Auspacken. Aber das Ding ist, das ist ein Militärflugzeug. Guck mal, die schießen alle auf mich. Oh mein Gott. Echter Flügel hat Schaden genommen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert denn hier? Guck mal, wie ich da die ganze Militärbase hier mitnehme. Ey. Yo, 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 yo. Bitte nicht. Stehen bleiben. Der Flügel hat Probleme. Der Flügel hat Probleme. Der Flügel hat Probleme. Ich wiederhole. Ein Dringling hat Probleme zu fliegen. Oh mein Gott. Ich bin raus. Ich bin raus. Ich muss auf die Landebank. Guck mal, wie viele Autos hier sind. Was passiert denn hier? Wie viele Autos sind denn hier? Ach du Scheiße. Rechter Kotflügel beschädigt. Ach du Scheiße, Leute. Fokus auf linken Flügel. Ey, hier sind so viele. Hier sind so fucking viele. Oh mein Gott. Was geht denn hier ab? Ganz der Militär sucht uns. Wir müssen los. Ab, ey. Bitte. Einer Ketten kommen sogar. Leute. Es ist der Abflug. Abflug. Oh mein Gott. Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Ey, Leute. Ich habe sie, glaube ich, abgehängt. Es ist alles geschafft. Wir haben den blauen Lamborghini geknackt. Und wir werden es jetzt einfach schaffen, Leute. Ey, lasst jetzt auf jeden Fall ein dickes Like da für dieses krasse Video. Abonniert den Kanal. Oh mein Gott. Was ist das? Ich habe es los, meine Hande. Was ist das? Raketen kommen. Oh nein. Wir wurden getroffen, Leute. Wir wurden getroffen. Ich muss entsprechen. Leute, lasst ein dickes Like da. Hab ich was bestätigt. Oh mein Gott. Ich muss hier absinken. So sieht es aus, Leute. Deswegen lasst auf jeden Fall ein dickes Like da. Weil heute werde ich das Polizeipräsidium und die krassesten Luxus-Polizeiautos klauen. Und ihr glaubt mir nicht, dass da krasse Autos sind. Ich laufe jetzt da einfach rüber. Weil ich habe ja dort ein bisschen gearbeitet. Ihr wisst es ja, Freunde. Und ich werde jetzt ein bisschen undercover hier entlang der Brücke hochgehen. Und ihr müsst euch vorstellen. Hier, guck mal, guck mal. Wie viele ich hier schon am... Ja, also die Donuts waren richtig lecker wieder von den fetten da. Guck mal. Ich sag dir ehrlich, ich kriege nicht noch einen runter, Mann. Hier sind einfach vier Leute. Schönen Schluck Kaffee und dann geht das ab wie Burra. Guck mal, die stehen hier beim Lamborghini. Lamborghini, Leute. Ey, bei wem gucken wir das Football-Spiel eigentlich? Ich würde sagen, bei Jerry heute Abend, oder? Der Jerry, die wollen Football-Kumpel. Der hat scheiß Bier da. Lass mal lieber zu Derek. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weg. Ich gehe jetzt erstmal ein bisschen weg, Leute. So. Ey, Leute, ihr habt es gesehen. Die sind da. Die tun über irgendwelchen Donuts und Football-Players reden. Aber ihr seht es, der Lamborghini steht da hinten. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, um irgendwie an den Lambo zu kommen. Und ich habe so eine kleine Idee. Ich weiß nicht. Guck mal, der guckt mich schon so komisch an. Ich laufe mal ein bisschen weg. Der macht mir ein bisschen Angst. Ich laufe mal da ganz hin. Ich mache so einen auf. Mein Auto wurde geklaut, Freunde. Hilfe! Schnell! Officer! Officer! Da war so einer. Da hat mein Auto gerade eingeschlagen und geklaut. Ich brauche Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schnell! Hier gerade in der Nähe, oder was? Da hinten links um die Kreuze. Kommt einer bitte, Mensch. Schnell, Officer! Bleib du hier. Ich gehe mit, okay? Okay, okay. Ich rufe an, wenn ich Hilfe brauche. Ey, Leute. Einer läuft mir gerade hinterher. Ich versuche, ihn irgendwie gleich zu überwinden. Lauf dir mal langsamer. Hier, schnell, 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 schnell. Hier. Ich habe auch ihre Kollegen hier rechts gefragt. Die haben mir nicht geholfen. Hier, links rein. Hier, links rein. Hier, links rein. Brauche ich eine Waffe? Ja, ja, ja. Brauchen Sie, brauchen Sie. Scheiße, er hat eine Waffe, Leute. Ich habe noch irgendwo einen Elektroschock rumliegen. Ich werde diesen auspacken. Als ich noch Polizist war, habe ich den Gott sei Dank eingesteckt. Aber hier rein, hier rein, hier rein, hier rein, hier rein. Gucken Sie, gucken Sie. Wo sind Sie? Hier, ja, ja, hier. Gucken Sie. Ich hatte das Auto genau hier geparkt und jetzt ist es einfach weg. Ich habe noch hier so Scheiben einknallen gehört und alles war komisch. Ich sehe hier gar keine Scherben auf dem Boden. Hä? Das kann doch nicht sein. Irgendwie komisch war. Das ist, da ist mein Latein auch am Ende. Was ist das? Ah! Ah! Ey, Leute, ich habe ihn einfach getasert, Freunde. Bevor er aufwacht, ich muss ganz schnell seine Klamotten klauen und der Fake-Polizist Russik ist wieder back in business. So, Leute, ich habe jetzt seine Klamotten angezogen. Ich werde jetzt ganz undercover-mäßig dahin gehen. Ich glaube, ich muss noch eine Mütze anziehen und eine Brille, Leute. Das werde ich jetzt auch noch schnell erledigen. So, Leute, ich habe hier, Leute, einen Hut aufgezogen und eine Sonnenbrille, damit mich die Leute nicht erkennen, weil, ihr wisst es, Leute, ich habe schon so viele Autos als Fake-Polizist geklaut. Die Stadt kennt mich schon, deswegen muss ich aufpassen. Ich werde hier jetzt reinsteppen und so tun, als wäre ich ein ganz normaler Kollege. Und ich gehe jetzt in Einsatz und nehme den Lamborghini von den Polizisten mit. Hä, Digga, ich kriege mir einen Fünfer von dir. Äh, nein, Leute. Wie, was für ein Fünfer? Ja, Einsatz, 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 Leute. Sorry, sorry, Einsatz. Nee, ich will mein scheiß Geld haben. Na ja, Kollege, wo geht's hin? Ab Einsatz in Casino, Casino. Ich muss da schnell was klären. Okay, funkt ruhig. Ja, ja, alles gut. Tschüss, Roger, Roger, Jungs. Ey, Leute, die haben nichts gerafft. Die haben sich irgendwie da vorne noch gestritten gehabt. Wir haben den ersten Wagen geklaut, Leute. Das ist ein Luxus-Lamborghini. Guckt mal, wie schnell der ist. Ich mache mal jetzt auf Spaß eine Sirene an, damit die Leute auch wissen, dass ich der krasseste hier bin. Guckt mal an. Leute, ich werde den jetzt verstecken und dann komme ich einfach den nächsten Wagen klauen. Leute, ich habe jetzt das Auto hier beim Casino geparkt. Ich hoffe, das ist nicht blöd gewesen, weil ich dem einen gesagt habe, ich gehe zum Casino. Aber hier gibt es so viele Autos, die ich direkt wieder klauen kann. Und einfach wieder sofort hingehe, weil die werden eh nicht raffen, wo ich die Autos abstelle. Und jetzt habe ich auch die Schlüssel. Alles ist gut. Wir sehen uns jetzt gleich, wenn ich wieder beim PD bin. So, Leute, wir sind jetzt angekommen wieder. Ich packe das Auto ein bisschen außerhalb, weil ich bin jetzt nicht mehr mit Polizeiauto unterwegs. Ey, heute ist ganz, ganz, ganz schwierige Polizeiaktion. Ey, ich hoffe, euch gefällt das Ganze, weil das ist echt nicht einfach, man. Hier an den ganzen... Guckt mal, wie viele Polizisten hier sind. Oh mein Gott, als hätten sie sich alle hier versammelt. Das ist ja geisteskrank, was die hier alle machen. Ich gehe jetzt aber hier rein, weil ich weiß ganz genau, dass da noch so ein krankes Auto stehen müsste. Guck mal, die gucken mich alle hier an. Aber die... Officer Walker, kommen Sie zurück. Ja, ja, ja. Walker, ja, Walker zu Einsatz, ja. Hier rein. Hier rein ins Büro. Sofort. Oh. Oh mein Gott, Leute, was ist das denn? Wer ist Officer Walker? Egal, ich bin jetzt Officer Walker. Ja, Chef. Detective Walker, ich habe eine Beschwerde hier von Paul Rogers bekommen. Oh, Rogers, ja, ja. Was ist da passiert? Ja, das war ein Verbrechenunfall auf der Autobahn, ja. Autobahn. Hä, was für ein Autounfall? Ja, da war so, ja, jemand hat manipuliert. Paul Rogers meinte, sie hätten eine Sportwerte abgeschlossen, illegal und haben ihm nicht sein Geld ausgezahlt. Ach, Chef, das wollte ich... Man, das ist mir peinlich, das ist mir peinlich, ich wollte es nicht sagen. Gehen Sie raus, ich überlege mir eine Bestrafung. Ja, ich zahle ihm das Geld zurück. Schneller! Oh mein Gott, was für ein Sportwerte, was reden die da von Rogers? Rogers, was machen die im Polizeirevier hier? Irgendwelche Wetten abschließen? Okay, Leute, wir sind schon hier bei den Zellen. Ich muss hier auf jeden Fall durch... Warte mal, antest du den gerade überhaupt? Oh, scheiße, der war das. Das war irgendwie komisch. Der hat eine ganz andere Situation geschildert. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss mich verstecken hier irgendwo. Da muss ich den einen wieder verprügeln. Ey, die kommen, die kommen, die kommen da einfach, Leute. Oh mein Gott. Ey, wenn ich jetzt rauslaufe, ist es gut? Ich weiß es nicht. Oh, oh, die verfolgen mich einfach. Okay, Leute, ich steige jetzt einfach in diesen Wagen ein. Ich hoffe, die Polizisten werden... Oh mein Gott, da kommt... Detective Walker! Detective Walker, du kannst zurückkommen! Oh mein Gott, die haben sogar geschossen. Wieso haben die schon die Knarre rausgezogen? Es gibt es nicht, Leute. Ich bin aber entkommen. Äh, hä, warum haben die schon geschossen? Aber Leute, das Problem bei der Sache ist, es gibt noch einen ganz, 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 ganz krassen Wagen. Den werde ich euch gleich zeigen. Ich werde hier jetzt erstmal schön in die Garage reinfahren, weil hier ist schöne Tiefgarage. Da kann ich das Auto verstecken. Es ist ein schöner Porsche, Freunde. Ich sag euch doch, Leute, wir werden noch mit den Polizisten reichen. Weil guckt euch diesen Porsche an, wie schnell der ist, wie schön der ist. Wir müssen nur noch die Alarmanlage hier wegmachen. Und, yo, was geht denn hier ab? Ich glaub, die Leute mögen hier keine Polizisten. Yo, weg hier. Yo, was ist hier los? Ey, die gehen auf mich los! Die mögen hier keine Polizisten in dem Gebiet. Ich muss die schocken, dass ich Polizist... Ey, weg hier! Weg hier! Weg hier! Guck mal, guck mal, was die denken. Oh mein Gott, ich muss... Ich muss eine Waffe ziehen. Ich muss eine Waffe ziehen gegen die. Was ist das denn für eine? Ey, ich musste hier gerade Gangnam-Bar schießen. Die wollen hier keine Polizeiautos haben. Hier, weg mit dir! Weg, ey! Ey, die dachten wirklich, ich wäre gerade echter Polizist. Habt ihr das gesehen, Leute? Wir müssen ganz schnell wieder zum Polizeipräsidium, denn dort... Ich werde euch das krankeste Fahrzeug zeigen, was es dort gibt. So, Leute, ich bin jetzt wieder beim Polizeipräsidium. Ich laufe hier gerade um die Ecken. Und es sind so viele Leute da. Ja, und ich weiß nicht, wie ich die ablenken soll. Ich habe so eine kleine Idee, aber ich bin mir nicht sicher, ob es schlau ist. Aber ich werde es machen, weil das letzte Auto ist einfach zu krass. Dieses Auto darf nur benutzt werden, wenn ein Officer-Kommissar des höchsten Stufengrades damit losfährt. Deswegen werde ich jetzt hier dieses Auto nehmen. Tut mir leid, ich habe eigentlich gerade ein anderes gehabt, aber das musste ich abstellen hier. So, ey, mach keinen Stress. Ich packe jetzt hier kurz hier rein. So, ich werde jetzt folgenden Plan machen, Leute. Ich habe hier Haftbomben. Ich werde die Haftbomben schön an das Auto platzieren, so dass es keiner sieht. Und wir werden das Auto vor dem Polizeipräsidium parken und es in die Luft jagen. Und ich denke, das wird so die Polizisten ablenken, dass alle da herinnen werden. Und in diesem Moment werde ich das Auto schnappen und da werde ich ganz schnell losfahren. Weil es werden sich die Cops Fragen stellen, wer hat das Auto genommen, wenn nicht der Chef. So, wir parken jetzt hier mal. So, Leute, ich habe jetzt das Auto hier abgestellt. Ich werde jetzt so reinlaufen. Ich sehe hier schon die Kollegen, die stehen hier alle rum. Und wir werden jetzt erstmal uns selber in Sicherheit bringen. Ich laufe jetzt einfach rein, weil die Zephyr, das wird eine heftige Explosion geben. Ich werde jetzt einfach drücken in 3, 2, 1, GO! Oh mein Gott, alles geht in die Luft, alles geht in die Luft. Was ist passiert? Was ist passiert? Die Cops kommen gar nicht klar. Fort Feuerwehr holen, fort Feuerwehr holen, holen die Feuerlöscher. Hey, die kommen gar nicht so gut klar, wie ich dachte. Guck mal, die sind alle noch locker. Ich werde aber die Zeit nutzen, solange die Explosion da war. Ey, ich laufe jetzt einfach hier rein. Hier sollte es irgendwo sein. Die Garage. Oh mein Gott, da steht er. Guckt ihn euch an. Das ist der Lamborghini vom Chefpolizisten heute. Wir müssen schnell losfahren. Oh, wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? So, okay. Okay, Alter, ist der schnell. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, guckt euch das Auto an. Und jetzt wird es hoch. Sofort stehen bleiben. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, die Polizei hat das schon rausbekommen. Wir müssen ganz schnell los. Oh, hier ist auch die Feuerwehr. Die Feuerwehr ist da. Oh mein Gott, was ist hier für ein Chaos? Und das Auto ist so schnell. So, fort rechts. Oh mein Gott, das ist das... Oh Gott, ich kann das Auto kaum kontrollieren. Das ist viel zu schnell. Das ist viel zu schnell und die Cops sind hinter mir. Oh mein Gott, die sind ganz nah an mir. Leute, Leute, Leute. Oh, als ob die auf dieses Auto hier schießen. Das ist doch geisteskrank. Was ist, wenn ich der Chef bin? Ich versuche sie mal abzuhängen. Ich mache hier so eine Fake-Durchsage. Ich stelle hier kurz das Radio ein. Ihr auf, nicht verfolgen. Einsatz mit neuem Lamborghini. Bitte nicht verfolgen. Oh mein Gott, die verfolgen mich trotzdem. Ich dachte, das bringt was. Die haben nicht mal drauf reagiert. Auf, boh, stehen bleiben. Die haben nicht mal drauf reagiert. Ey, Leute, ich werde sie hier abhängen. Sie werden keine Shorts haben. So, guckt euch mal an. Der Polizei-Lamborghini ist einfach der schnellste Lamborghini Gita. Oh mein Gott, was passiert hier? Oh mein Gott, Leute. Ey, die verfolgen mich trotzdem. Was passiert hier? Guck mal, der fliegt hier auch. Ey, Leute, wir müssen uns hier irgendwo in der Baustelle verstecken. Die machen hier richtig Lampard Samba. So, ich fahre jetzt hier. Hier wird er mich niemals finden. Hier wird er mich niemals finden. Oh mein Gott, ich muss die Sirenen jetzt ausmachen. So sieht er auch aus wie ein normaler Lamborghini. Guckt euch mal dieses Fahrzeug an. Alter. Ich glaube, ich bin sicher. Ist hier noch jemand? Ich glaube nicht. Ey, Leute, wir haben es tatsächlich geschafft. Ich habe heute das krasseste Polizeiauto geklaut, was es in GTA gibt, Leute. Nämlich das Luxusauto vom Polizeichiff. Guckt es euch an, Leute. Lasst auf jeden Fall ein dickes Like da, wenn ihr das Ganze gefeiert habt. Ich muss auf jeden Fall ganz schnell das Auto umfolieren, umlackieren, umbauen lassen und am Schwarzmarkt verkaufen. Abonniert den Kanal, liked da lassen und checkt die Jungs ab in den Kommentaren. Nämlich die Polizisten. Bis zum nächsten Mal. Ciao.